Ja, hallo und willkommen zum neuen Part von K-Star, yay! Ähm, ich habe in der Zeit gar nicht aufgenommen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe probiert, Spookys House of Jumpscares aufzunehmen, aber naja, ihr wisst ja, wie ich bin, ne? Oh, wir haben ganz schön viel Dingens. Dann kaufe ich mir... Hm... Ja, komm. Das lohnt sich. Leben und dieses komische Dingsi. Ich glaube, wir müssen ein Level nochmal machen, weil ich irgendwas verkackt habe. Oh. Ähm, da muss ich nachdenken, ob ich das Level kann. Ja, okay, hier ist irgendwie so ein riesengroßer Gegner. Und wir sollen nicht nach oben kommen, denn oben ist eine Giftwolke, die sehen wir da ja auch. Weshalb wahrscheinlich dieser Angriff hier nicht ganz so... Achso doch, der ist praktisch, stimmt. Entschuldigung. Okay. Los geht's. Ups. Wasser. Wir können aber springen. Jetzt können wir auch drauf laufen, ja. Da kommen wir gar nicht dran. Das ist ein Problem. Ja. Das ist ein Problem. Da kommen wir nicht dran. Und hier ist auch ne... Oh Gott. Ah, das, das, das geht weg. Ups. Äh, ja. Neuer Skill. Äh, ja. Das ist halt, ähm, eine Art Schild. Und ich liebe die Attacke. Wir können die aufladen und danach, yay. Oder wir machen einfach... Die ist zwar noch nicht stark, aber trotzdem. Okay. Ich glaube, da bin ich gerade im Kreis. Ähm. Okay, was war hier? Ach, da waren wir gerade. Entschuldigung. Ich glaube... Huch. Ähm. Okay. Ne, eigentlich wollte ich nicht hier hin. Entschuldigung. Ja. Übrigens gefällt mir die Musik aus dem Level nicht so wirklich. Huch. Was? Von wo? Wo kommt das? Reicht ihr an? Ne. Da ist, glaube ich, sogar das da besser. Oh, das sind doch... Ja, das sind Gegner. Okay. Man könnte doch halt einfach gegen die laufen, ne? Und dann fliegen die auch neben weg. Aber ich nehme die halt einfach das da. Gag. So. Muss ich halt so ein bisschen vorsichtig sein, weil, ähm... Wäre natürlich doof, wenn ich aus Versehen so eine Kugel runter... Schieße und dann, ja. Das Altenverlierer kriege ich da. Ich glaube, es gab hier irgendwo so ein Secret, da konnte man die Wand wegschießen. Und da war hinter so ein Dings. So eine Kugel. Ne, egal. Wird das da? Ne. Okay. Oh. Ah. Ich habe wieder nicht auf die Zeit geachtet. Na super. Ist das eigentlich noch stark genug, um irgendwas zu machen? Ja, okay. Es ist ganz stark. Dann könnten wir auch das da irgendwie annehmen. Aber das macht halt Flächenschaden, ne? Guck mal. Okay, wir gucken einfach mal, wie wir mit dem Teil hier kommen. Weil dieser... Ja. Das ist nicht ganz so geil. Das ist ein Bosskampf. Oh. Das wusste ich jetzt nicht. Oh, wow, 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 wow. Stip. Oh. Okay. Ich hab hier, das Ding. Uh, was greift mich denn an? Also irgendwo konnte man was kaputt machen und dann war da ein Geheimgang, das weiß ich noch. Ja, da war doch gerade was hinter mich. Was tue ich denn? Scheiße. Ich suche mal eben diesen komischen Geheimgang. Ich weiß, dass hier einer war, ich bin mir ganz sicher. Und da war eine Kugel und wir haben echt wenig Punkte in diesem Level bekommen. Das war doch irgendwo hier, oder? Was sieht aus das da? Das sieht doch ganz verdächtig aus. Ja, und da oben hast du noch was. Da. Da komme ich von hier. Ach, ich komme von hier, okay, oder? Nein, komme ich glaube ich gar nicht. Ne, komme ich nicht, okay. Ja, haben wir halt nicht so viele Punkte bekommen, also da können wir auch nichts für. Wir haben einige Skills einfach nicht gehabt, das ist nicht schlimm. Okay, wie geht's zum... Achso, ich bin ja auch echt doof, ne? Gegen den Fall zu laufen. Das war doch der richtige Weg. Warte mal. Da war doch grad was, oder? Na, egal. Wir gehen jetzt ins nächste Level, weil das Level ist nicht nett. Yay, wir haben's super gemacht, ich weiß. Ja, ein Ball fehlt halt, aber das ist halt der eine im Wasser gewesen. Ähm, dann nehmen wir das da, weil das mag ich sehr gerne. Warte, wir haben noch genug Geld für... Für Leben. Oder... Super... Super Jump? Ne, dann nehmen wir lieber die Reichweite, dann können wir nämlich jetzt... Okay, Flussboden. Äh, Fluss. Ich liebe diesen Soundtrack, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Okay, wir müssen irgendwelche Schlüsselteile sammeln. Oh. Das Level sieht interessant aus. Gibt's hier neuen Skill, oder so? Huch. Oh. Das ist nicht ganz so geil. Aber wir können ja auf Wasser laufen. Okay. Huch, das war der Controller. Entschuldigung. Ähm... Ach, das neue Skill. Der ist auch cool. Wui. Ja, das ist halt das Gegenteil-Teil... Das Gegenteil-Teil, ja. Das Gegenteil von dem grünen Teil. Damit können wir Sachen erschaffen. Ach, jetzt ehrlich, ne? So. Nervt mich bitte nicht. Ah, hier wies'n Soundtrack. Ähm... Da. Am besten ist es einfach einfach zu spammen, weil... Am besten ist es einfach einfach, okay? Er hat doch bestimmt was übersehen, oder? Nö. Das war alles. Okay, das war ein gutes Level. Naja, neuer Skill ist neuer Skill. Kein Schaden. Yay. Ähm... Dann... Ja, das ist eigentlich scheiße. Ich weiß nicht. Ach, komm. Und... Ja... Dann nehmen wir auch den Super-Jump, weil der ist ja auch ganz gut. Ja, ja, das reicht. Und speichern. Wann haben wir zuletzt gespeichert? Das kann nicht sein. Wahrscheinlich speichert das Spiel auch von selbst, aber... Okay. Ähm... Ja. Oh, ich find die Konzept-Arts... Voll schön. Uh... Schnee. Okay, wir müssen alle Gegner besiegen. Und wir haben ja... Superstarke Angeln... Oh, die sind nicht toll. Hallo ihr. Okay, wir sind stark und um die zu töten. Yay. Oh, neuer Skill. Schon wieder. Den benutze ich ehrlich gesagt nie. Ich mag den nicht so gerne. Ja. Der macht halt keinen Schaden. Und der braucht echt langsam aufladen und das ist eigentlich nicht meins. Sondern können wir halt Gegner... Versteinern. Aber... Wie sich selber ist das eigentlich nicht nötig. Vor allem wenn wir starke Angriffe haben, nicht? Sondern wir den hier. Dann können wir jetzt einfach einen treffen und dann sind alle weg. Ja. Passt alle. Ja. Also dieser Stun-Dingans ist eigentlich unnötig. Ich glaube einige Gegner brauchen den, aber... Ne. Muss nicht sein. Ähm... Ja, wir haben auch schon wieder hier alles gefunden. Okay. Die Level sind ein bisschen kurz gerade. Wir werden... Wir werden... Wir werden... Den Schild verbessern. Also so die leben. Ähm... Da. Ich meine, schaut euch das mal an. Das sieht voll cool aus. Ich glaube das Level hatten wir schon, aber ich muss es glaube ich nochmal machen. Oder hatten wir es schonmal? Ach ne. Okay. Das war dann nur Einbildung. Oder hatten wir es doch mal? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt coole neue Skills und die werden wir auch benutzen. Oh, scheiße. Ich wollte natürlich nur eben zu den Kugeln laufen, aber okay, wenn das hier schon das Ende ist. Ähm... Ich glaube heute nehme ich eine Menge auf, weil heute ähm... sind die... Haben die Zeugnisferien angefangen oder die Winterferien, die zwei Tage lang erhalten ist. Naja. Auf jeden Fall habe ich morgen, also Donnerstag und Freitag schulfrei und dann noch das Wochenende dazu. Also habe ich genug Zeit für... viele Dinge. Huch. Hallo. Du stirbst. Das ist so stark. Okay. Ähm... Waren das alle coole? Ja. Gut. Dann können wir jetzt auch gehen. Ähm... Kannst du bitte aufhören, so komisch herumzuspringen? Okay. Und über... Oh. Gegner. Haben es alle? Ja. Alle Gegner? Ja. Alles. Gut. Ah, Kugel. Okay. Und rein da. Ich glaube, das sind auch... Das sind alle Level, die jetzt angezeigt wurden von diesem Kapitel... Dings. Dann upgraden wir das dann, weil das ist stark. Und... Ja, okay. Nur noch die beiden Level und danach... Ähm... Benne ich die Aufnahme, glaube ich. Ach, das hatten wir schon. Genau. Das hatten wir halt schon. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt sind wir stärker und das geht jetzt auch schneller. Genau. Wobei... Ich weiß nicht. Ups. Was haben wir denn gemacht? Das wollte ich eigentlich nicht machen. Naja. Super. Hallo. Ähm... Ja, bei mir kommt das da. Boah. Da hab ich das einfach nur in meinem Single-Player-Dings gemacht, weil ich hab vor kurzem wieder gespielt. Kann ja auch sein. Ups. Na ja. Auf jeden Fall. Wir machen das jetzt eben schneller. Alles vorhin. Alles vorhin. Alles vorhin. Ach egal. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe oder nicht. Ich mach's einfach nochmal. Ist ja nicht schlimm, wenn wir getroffen werden. Die sind eh nicht stark. Wenn wir die One-Hitten können, dann nutzen wir das auch einfach aus. Huuuiiii. Autsch. 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 Geleg. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal Experten-Modus spielen. Weil das ist doch ein bisschen einfach, wenn die Leben jetzt so schnell regenerieren. Und du stirbst. Nein. Oh, gut. Ja, übrigens ist mein Zeugnis eigentlich ganz okay. Ich hab einen Schnitt von 2,4. Ich denke... Ja. Das kann man wohl machen. Äh, ja. Und ehrlich gesagt, mir krieg ich da Gesprächsstoff aus. Und ich wollte noch mehr Videos aufnehmen heute. Na ja, mal schauen, wie ich das mache. Huch. Äh, ja. Du weg. Hab ich ihn getroffen? Ja. Ähm. Da ist ein Baum. Alle googeln! Hab ich alle? Nein, ich hab nicht alle. Oh Gott, mir fehlen echt viele. Wo denn? Ähm. Ähm. Kurz. Regenerieren. Und los. Ich gucke mal eben von oben. So sehe ich nichts. Und die wahrscheinlich wird Giftsäure. Die wollen natürlich alle haben. Weil, ähm. Ich glaube, wenn man ein Level wiederholt, dann bekommt man keine Punkte mehr. Ähm. Wo... Ist das Ding? Hallo? Einmal ein bisschen so da rumschießen. Äh, ja. Ich find's nicht. Wo ist denn das? Ja, hier nicht. Da vielleicht? Nein. Okay, ich hab keine Ahnung, wo es ist. Vielleicht in der Mitte? Ja, hier. Wahrscheinlich dann auch noch hier, ne? Nein. Hier. Auch nicht. Auf der anderen Seite von dem Teil. Nope. Hier so? Bist du hier? Nein. Okay. Das Suchen ist gerade echt nicht so spannend. Ich weiß, aber... Ach da. Gut, alles. Ah, da war noch ein Gegner. Verdammt. Scheiße. Okay. Ähm. Schild. Pick-up-Dingens. Super. Jump. Wie lange nehme ich denn auf? Kann ich das bei OBS so sehen? Hm. Ach, 17 Minuten. Okay. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich noch was aufnehmen. Was ist das? Äh, ja. Wir machen einfach dieses komische Sandlevel. Okay, wir sollen den Baum heilen. Aber wie immer erst die Gegner töten. Und die Kugeln einsammeln. Buh. Okay. War da vielleicht noch was? Das Level ist übrigens irgendwie schön. Äh, ja. Wo war denn... Buh. 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 Sie sind sehr scheiße. Geht. Geht weg, ihr alle. Einfach schießen. Ist alle tot? Nein, ist nicht alle tot. Boah. Wie? Ach, wenn ich stehen bleibe oder was? Oder wenn ich auf dem Boden bin oder so. Keine Ahnung. Aber wir haben echt viele Leben mittlerweile. Das ist schön. Hallo du Hallo du Oh Hallo du Ja Kriegst du davon Okay Hier können doch gleich bestimmt wieder Gegner Da ist der Baum Hier kommt doch bestimmt ein Gegner, oder? Nein Okay Baum Nö, kein Gegner Okay Wie viele Kugeln gibt es? Oh Da müssen wir suchen Auf jeden Fall Das wäre zu viel Punkteverlust Wir laufen so cool Da ist eine Kugel Dann wahrscheinlich da weiter noch eine Hier nicht Ich finde es doof, dass das Radar nicht alle anzeigt Aber auch irgendwie cool halt Es gibt halt nur keinen Sinn, wenn das Radar einige anzeigen kann Andere nicht Ah ja Schön Ich hasse suchen übrigens Ich muss gleich noch ein Infovideo aufnehmen und dann noch ein Angezock wollte ich gerne machen von... Ich bin mir noch nicht ganz sicher von was Entweder von einem Horrorspiel, aber das soll sehr gruselig sein oder von einem kleinen Jump'n'Run Adventure Mal schauen Mal schauen Mal schauen Ich nehme das da Jetzt haben wir das auch ganz oben und dann haben wir noch Stun, weil, naja wer weiß, brauchen wir es ja doch irgendwann mal Ähm, ich nehme auf wie lange Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn ich hier OBS habe Ach so, noch ein Level Ja, ich muss aber aufhören Das sind 20 Minuten Gut, ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge von Caster wieder Und dann, ja Ciao